So sieht sie heute aus. Die Baureihe 111 in Verkehrsrot mit weißem Warnbalken. Eingesetzt im Regionalverkehr verrichten die robusten E-Loks zuverlässig ihren Dienst. Von 1974 bis 1984 lieferten die Firmen AEG, BWC, Henschel, Krauss-Maffei, Krupp und Siemens insgesamt 227 Lokomotiven aus. Die Konstruktion hat in vielen Teilen die Baureihe 110 als Basis. Anzutreffen sind 111er, vorwiegend in den alten Bundesländern, insbesondere im Süden der Republik. Ein Regionalzug ist auf dem Weg nach Garmisch-Partenkirchen. Ab etwa Mitte der 90er Jahre sind 111er zunehmend auch mit Doppelstockwagen unterwegs. Der Hauptbahnhof München. Gleich zwei 111er verlassen mit Regionalzügen die Isar-Metropole. Links rollt eine Ozeanblau-Beige. In dieser Farbgebung wurden fast alle ausgeliefert. Der Bahnhof Garmisch-Partenkirchen in den 90er Jahren. Einfahrt hat 111 052 mit einem Regionalzug am Haken. Zu diesem Zeitpunkt ist die Farbe Ozeanblau-Beige noch an der Tagesordnung. Vor der Einführung der Drehstromtechnik war die Baureihe 111 die letzte alte mit konventioneller Wechselstromtechnik. Auch der nächste Zug ist mit einer 111 bespannt. Ausfahrt vor markanter Kulisse. In den ersten Betriebsjahren gehörte auch der Fernverkehr zum Aufgabengebiet. Die 160 kmh schnellen E-Loks kamen sogar vor Intercity-Zügen zum Einsatz. Später war es dann der Interregio-Dienst, der die Baureihe 111 forderte. Auch als S-Bahn-Lok musste die 111 herhalten. 77 Lokomotiven wurden ab 1979 bereits ab Werk in den Farben der Rhein-Ruhr-S-Bahn ausgeliefert. Noch lange nach dem Einsatz als S-Bahn-Lok waren 111er in Rhein-Orange-Kiesel-Grau unterwegs. In ihrer 35-jährigen Dienstzeit musste die Baureihe 111 mehrere Farbvarianten durchwandern. Nach Ozeanblau-Beige ist ab Mitte der 80er Jahre Orient-Rot mit Latz die neue Bahnfarbe. 111 061 ist mit einem Regionalexpress Stuttgart-Neu-Ulm unterwegs. Anfang der 90er Jahre noch komplett aus Silberlingen gebildet. Heute sind alle 111er im aktuellen verkehrsroten Farbschema lackiert. Bergab rollt ein Doppelstock-Wendezug über die Geislinger Steige. Der Einsatz im Regionalverkehr ist heute der Haupterwerb der Baureihe 111. Doppelstock- oder konventionelle Wendezüge hängen meist am Haken. Ein Einsatzende ist momentan nicht in Sicht. . . . . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020